Nummer 3. Mit dem hochwertigen SATA III-Verbindungskabel EW91721 können Sie Ihre internen SATA-Geräte problemlos mit Ihrem Motherboard verbinden. Ausgestattet mit einem Riegel zur sicheren Befestigung des Kabels. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Dieses 0,7 Meter lange SATA-Kabel entspricht den neuesten Standards und ist mit bis zu 6 Gigabits pro Sekunde mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Es wird für den internen SATA-Anschluss verschiedener Geräte, wie Festplatten oder Flashspeicher, verwendet. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis erfahren möchten, klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Mit diesem Kabel können Sie eine SATA-Festplatte, eine SSD oder eine andere Art von Laufwerk an Ihr Motherboard anschließen. Dieses Kabel entspricht der SATA 600 Spezifikation und ist für Datenraten von bis zu 6 Gigabit pro Sekunde geeignet. Dank der Metallklemme bleibt der SATA-Anschluss fest an seinem Platz und kann sich nicht selbst lösen. Dieses Computerkabel ist für den Datentransport zwischen einem Computer und einem HDD, SSD oder DVD-CD-Laufwerk konzipiert. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.